So, ähm, neue Runde, ich, mh, Verschluchtes Tal, ah, Kälte, das werde ich eh nicht kriegen. Kann jederzeit losgehen. Das Licht lässt niemanden im Stich. Das Licht lässt niemanden im Stich. Selama, Aschalanorre! Aaaaaaah! Aaaaaaah! ... ... ... ... ... ... ... Ich höre den Ruf. Sie werden alle leiden. Ich folge der Stimme Elums. Meine Klingen gehören euch. Ich bin bereit. Rang 12 Sonja mit Rang 12 Morales zusammen im Team. Rang 16 Diablo mit Rang 5 Nazebo. Oh man. Rang 10 Rayna. Wir haben... Elfer Tyranne bin ich. Zehner Leoric. Dann haben wir Placement Match Geltas. Und Rang 10 Usa. Mit einer Walla. Rang 10. Jo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so fair hier ist. Aber... Komm. Ist egal. Von den Pixeer bin ich relativ zufrieden. Ich bin relativ zufrieden. So. Mal kurz gucken. Iron Phoblobs sagt er. Schön. Ich code degrees. Und überlege. Der Kampf beginnt in... 10 Sekunden. 5. 4. 3. 2. 1. Lass den Kampf beginnen. Wir sollten uns beeilen. Wir sollten uns beeilen. Sofort! Ah, Leoric Jetzt haben wir natürlich schon einen Toten Dann können wir nichts machen Need for Respawn, das sehen die Leute natürlich nicht so gern Ist klar Ah, ich hab meinen Stun schon verbraucht, Kinder Guys Guys Das war aber brutal Das war aber brutal Gut gemacht, ist die höchste Tufel Das ist das Ende Nur weiter so So sei es Ich ziehe mich zurück, um später erneut abzugleich So sei es I need the gloves Sollt mir Tribut oder steckt euch meinem Fluch Ja, die Wahl Königst du hier ist die höchste Tufel Ich hoffe diesmal Jep, diesmal ist der Usa mit Mana gekommen It's so nice Oh, der Stun ist so nice Eulenkill Die Eule of Doom Ihr habt sie gesehen Weißt du, ich krieg kein Lob hier Brauch man hier warten Da gehen die alle von aus, dass das Standard ist hier Ja, ich will von euch ein Hashtag nice Eule sehen Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt? Ich muss mich zurückziehen Das war eine ausgezeichnete Heilung Ja, das war natürlich Fail, ne? Ja, das war natürlich Fail, ne? Sofort Die Eule, die Eule, die geraptete Eule Gut gemacht, eure Freunde werden geschwächt Sie dienen beim sterben zu Das ist eine ausgezeichnete Heilung Das war eine ausgezeichnete Heilung Das war aber gut. Genug. Der Fluch ist vorbei. Ich hoffe für euch, dass ihr das Beste daraus gemacht habt. Ohne zu zögern. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Wurstavter. Sauerei, ne? Söldnerlager. Warte was? Ich hab den Worst Tyrande in the World, ey. Die Waller aus dem letzten Spiel hat mich angeschrieben. Worst Waller, äh, Worst Tyrande in the World. Ich wünschte er wär mein Gegner jetzt. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. So, ich helf mal den Dudes hier. Ach, das klappt wunderbar, ne? 2 Heiler funktioniert nicht. Not enough damage. Oh neule. Hier, ne? Easy Mod. Ich hab einen Gehessen. Rachael, Süd. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Diese Tag wird nicht so gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. Ich gehe zurück, um später erneut anzugreifen. Weil... Musik Unaufhaltbar Ja, natürlich Wala haut wenigstens mal einen guten Job raus Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zollt? Na 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 Meine Gunst gehört euch, Helden Das Schicksal eurer Feinde ist besiegelt Hier ist immer ein gefährliches Camp Weil die das eventuell sehen und dann gut rausengagen können Das Problem Aber crazy So aqui Das Problem Danke So hi Mein Fluch vergeht doch nur vorübergehend. Das war's für heute. Moment Oh Nein Oh Ich hab's immer noch drauf Eine Diese Seite Deshalb Ja Da Ja 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 Zollt mir Tribut oder steckt euch meinem Fluch. Ihr habt die Wahl. Gut gemacht, meine Verbündeten. Das war aber brutal, diese Tat wird mir geholfen. Well done, GG well played, ach geil, das war auch eine sehr, sehr schöne Runde, muss man sagen, schick, schick, schade nur, dass die Runde da vorne los war, kann man nix machen, die Stats, richtig geil, richtig geil, ich hab den Usa kaputt gehielt, man, richtig geil, und sogar ein paar Desplos, Talents, richtig geil, hat voll Spaß gemacht, die Runde, tschüss.